Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie können einen Katzenkorb, einen Futternapf, eine Wasserschale und eine Katzentoilette besorgen. Auch ein Kratzbaum, schon wegen der Tapeten und Spielsachen sollten nicht fehlen. Bei uns im Studio darf ich jetzt einen Gast begrüssen, der sich besonders gut mit jungen Büschen auskennt. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Kaiser! Guten Abend, das ist ein Abend. Herr Kaiser, als Katzenneuling denkt man zuerst einmal an die Hygiene. Machen junge Büschen am Anfang hinein? Die Katzen sind von Natur aus saubere Tiere und sind deshalb ein sauberes Kistchen. Und wenn man Katzenstreu regelmässig reinigt und er behältet er einmal in der Woche mit Seifewasser raus, dann gibt es keine Probleme. Und wie ist es mit dem Füttern? Es gibt ja trocken- und nassnahrung. Es kommt darauf an. Von jungen Katzen würde ich Ihnen Viscas Junior empfehlen, weil es eine spezielle Kombination von Vitaminen hat, die hilft, dass das Immunsystem des jungen Kätzchen sich optimal entwickeln kann. Besten Dank, Herr Kaiser. Bitte. Was den Geschmack betrifft, sind die meisten Katzen ähnlich wie wir. Sie essen gerne Fisch. Stimmt's, Armin? Richtig. Darum machen wir heute für die Menschen und nicht für die Katzen Spaghetti mit Sardellen. Grüezi miteinander. Geschälte Knoblauchzehen in Milch leicht kochen lassen. Rote und gelbe Peperoni halbieren, entkernen und im Wachhofen grillieren, bis sich die Haut dunkel verfärbt und blotere wirft. Dann die Haut einfach abziehen und in Streifen schneiden. Die Sardellen auf Küchenpapier gut abtropfen und in Streifen schneiden. Jetzt Spaghetti im Salzwasser al dente kochen. Während dieser Zeit die Pfanne mit dem Knoblauch vom Herd ziehen. Die Sardellen streifen oder wer es lieber hat, den zerzupften Ton drin erhitzen und mit Pfeffer und Salz abschmücken. Die Sausen über die abgetropften Spaghetti anrichten. Peperoni-Streifen drauflegen und mit den ganzen Sardellen und Oliven garnieren. Auch das Rezept steht, wie immer, in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Vergnügen beim Ausprobieren. Besten Dank, Armin. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet. Wie heisst die spezielle Nassnahrung für junge Katzen, die sie bei Coop bekommen? Viscas Baby, Viscas Junior oder Viscas Kids? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich Viscas Junior und damit zwei Tageskarten für die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola hat gewonnen. Patricia Gazzetta. Auch Sie zu Hause können heute wieder gewinnen im neuen Expo 02 Spiel aus der Coop-Zeitung, ermöglicht von folgenden Sponsoren. Coop Naturaplan Alpti. Coop Crevette. Taft Styling Ultra Strong. Duckies Feuchttücher. Und WC-Ente Pearl Forte. Zu gewinnen gibt es diesmal eine Seati Pizza und natürlich auch die Tageskarte für die Expo 02 und Gutschein für das Coop-Restaurant Bio Tavola in Neuenburg. Das Mitmachen lohnt sich also. Herr Kaiser, neben der Hygiene und der richtigen Ernährung gibt es sicher noch weitere Sachen, die man als Halter eines jungen Kätzchen wissen soll. Wichtig ist, dass junge Kätzchen von Anfang an richtig geimpft und entwohnt werden. Auch Wohnungskätzchen, denn man kann schliesslich Krankheiten mit den Schuhen in die Wohnung hineinschleifen. Aber jeder Tierarzt wird sie weiter beraten können. Besten Dank, Herr Kaiser, für Ihren Besuch bei uns und für das interessante Gespräch. Als kleines Dankeschön darf ich Ihnen noch den Blumenstrauss bereichen aus unserem Blumenabteil. Vielen Dank. Das war es für heute. Wie man vermeidet, dass beim Kochen wichtige Vitamine verloren gehen, zeigen wir Ihnen heute in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Tag, mich. Bis zum nächsten Mal.